Max Gallo ist ein französischer Schriftsteller, Historiker und Politiker. Leben, der Sohn italienischer Einwanderer war zu Beginn seiner Karriere als Journalist tätig. Während dieser Zeit war er bis 1956 Mitglied der Partie Kommunist Francais, später unterstützte er die Partie Socialiste. Vom 23. März 1983 bis 18. Juni 1984 war er Staatssekretär und Regierungssprecher der französischen Regierung unter Premierminister Pierre Maureu, von der Europawahl 1984 bis 1994 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Seit dem 31. Mai 2007 ist Gallo Mitglied der Académie Francaise und hat den VT24 inne. Der vormalige Inhaber dieses Sitzes war Jean-François Reville. Neben Werken zur Geschichte veröffentlichte Gallo eine Reihe von Biografien etwa über Ludwig XIV, Rosa Luxemburg, Charles de Gaulle, Napoleon sowie eine Reihe von Romanen, in denen er die Historie frankreichsfarbig und populär beschreibt. Gelles Geschichtsbild ist sehr traditionell. Es sind für ihn weniger soziale Umwälzungen und gesellschaftliche Strukturen als große Männer, die Geschichte machen. Werke Vom 8. Mai 879 Franz Grasit 1980 Uncrem Träordinär Grasit La Demure des Poussons Grasit Le Borawicz Grasit Belet Epoche Grasit La Rute Napoleon Robert Lafau 1987 UNE-Verpublik Robert Lafow 1989 Leriga des Femmes Robert Lafow 1991 Le Fanatiques feiert 2006